Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinos Survival. Ich, ja, keine Ahnung wie wir an dem Rex vorbeikommen oder ihn down kriegen, ich hab mir aber was überlegt. Irgendwo hier rennen noch so ne kleinen Dinos rum. Halt mal dein Maul da hinten, du Arsch. Ich höre doch die ganze Zeit hier so ne kleinen, freudigen Dinos. Mal gucken, ob ich von denen Fleisch kriege. Gut, die zwei sind down. Ja, dann kann man nämlich das Spiel speichern. Wenn wir jetzt gleich das Lagerfeuer anhauen und wo ist der zweite hin? Hier, ne. Hä? Da. Oh, wir verlieren nämlich en masse Gesundheit gerade, weil wir nichts zu essen haben. So, ganz schnell das Fleisch holen. Jetzt gehen wir ganz kurz hier vorne hin, machen ein Lagerfeuer und dann rennen wir einfach mal drauf los und ballern auf den Heinz. So, jetzt wird auch gleichzeitig gespeichert. Ich verliere natürlich immer noch Gesundheit. Das ist gar nicht gut. Die Eier ist, ah doch, die Eier geben Gesundheit. Gut. So, wir haben jetzt dort gespeichert, wo das Lagerfeuer war und ja, wir haben auch nicht mal mehr so viel Munition. Da ist der, die Tasche, da müssen wir hin. 4, 8, 8, 8, 1. Ganz schnell weg von dem. Okay, 4, 8, 8, 1. Müssen wir den ja doch nicht umbringen. Schön. Allerdings müssen wir uns jetzt die Paras killen. Denn ihr seht, Gesundheit geht zur Neige. Boah, halt dein Maul, du Offe. Scheiße, die sind jetzt natürlich gut im Wald versteckt. Sehr schön. Und Fleisch her damit. Und ganz schnell Fleisch snacken. Denn ich verliere schon wieder Gesundheit. Das ist nicht gut. So, ich habe auch kaum noch Munition. Ich habe mehr Pfeile als alles andere. So, dann möchte ich mal hoffen, dass es hier drin irgendwas zu essen gibt. 4, 8, oh. 4, 8, 8, 1. Sehr schön. Ich höre Kompis. 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Oh, der erste ist down. Ui, das haben wir aber gut geregelt. Scheiße. Scheiße. Eins. Zwei. Drei. Und down. Und ganz schnell das Fleisch holen. Ich habe für nichts mehr Munition. Das ist richtig scheiße gerade. Und das Fleisch erstmal essen. Das Gute ist, man kriegt die Pfeile wenigstens wieder zurück. Hier gibt es nix drin. Lass mich raus. Da kommen wir nicht rein. Also müssen wir ins Haus. Oder da hinten lang. Oh, hier ist ein Nest drin. Ja, die werden gleich gegessen. Gesundheit ist wichtig. Eine goldene ID-Karte bekommen. Und für was war jetzt die Munition? Für gar nichts. Interessant. Äh, okay. Ja, also hinter dem Haus kommen wir natürlich wieder runter. Keine Ahnung, wo wir da landen. Wir gucken aber weiter. Hier hinten gab es noch einen Durchgang. Da liegt noch einer. Äh, Pax News. Das ist noch ein Ding. Die Rolle ist schwach. Juni 22. 2020. Dinosysprojekt heraldet als scientifische Breakthrough. Ist das, wo die Dinosäure fliegen? Okay. Stimmt, wir haben ja noch den Revolver. Äh, die hier... Dings hier. Eins, zwei, drei, vier... Oh. Oh, also bis zur 6 kommen wir. Und hier bin ich gerade aus Versehen wieder rausgetappt. So, ist das nicht das gleiche wie hier? Nee. Da ist noch ein Nest. Die holen wir uns natürlich auch. Ich kann die Mags nehmen. Das ist sehr interessant. Das ist ein Galimimus. Die interessieren uns nur, wenn wir uns angreifen. Da liegt noch einer. Ja. Ja, ein Schein gedämpftes. Warum nicht? Läuft. Hier ist noch ein Nest. Ein Nest. Ich kann die Mags nehmen. Aber ich bräuchte so langsam wieder Fleisch. Da ist ein Tripseratops. Äh, mit dem möchte ich mich ungerne anlegen. Ich weiß, dass die einen ordentlichen Bums dahinter haben. Äh, hier waren wir schon. Ja, wir müssen beim Tripseratops lang. Ich könnte versuchen, den zu legen. Dann nehme ich aber die da. 1-2-1-28-0-1-29orious-320. Dann GIEN uns doch einばst mit dem Gerüteratops예요. Oh jetzt habe ich ein problem er ist auf jeden Fall raus gut er lässt uns in Ruhe ja wie man sieht ich habe Hunger ich habe keine Gesundheit mehr das ist gerade richtig scheiße hier da ist wieder ein Ankylo und hier hinten gibt es nix nein schade aber hier ist doch da muss es noch was geben da ist auf jeden Fall noch ein Haus so der ist down der ist down der ist down und der ist down so einmal ganz kurz das Fleisch holen das war Nummer 2 und Nummer 3 lag hier hinterm Baum so so wie es aber weitergeht und was es schlimmer an einem Haus befindet das erfahren wir in der nächsten Folge ich hoffe es hat euch gefallen dann lassen wir uns doch noch unter lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video bis dann bleibt entspannt den nächsten Tag und Bye Bye bis dann 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 bis dann